Und zum Schluss schauen wir noch in das Land, in dem Gewalt gegen Journalisten nichts anderes als Alltag ist. Rund 100 Menschen sterben in Mexiko täglich und Medienschaffende stehen da im besonderen Fokus der Kartelle. Denn nicht die Justiz, sondern Journalistinnen und Journalisten sind diejenigen, die sich mit der Aufdeckung von Korruption beschäftigen. Und diese Recherchen sind oft lebensgefährlich. Allein in diesem Monat sind drei Kolleginnen getötet worden. Das berichtet meine Kollegin Anne Demmer. Lourdes Maldonado, Fernsehreporterin. Margarito Martinez, Fotojournalist. José Luis Gamboa, Direktor einer Online-Nachrichtenseite. Das sind die Namen von den drei Journalisten, die allein im ersten Monat des neuen Jahres ermordet wurden. Zwei von ihnen innerhalb von einer Woche in Tijuana, in der Stadt ganz im Norden Mexikos an der Grenze zu den USA. Die Nichtregierungsorganisation Artikel 19, die sich für Presse und Meinungsfreiheit einsetzt, dokumentiert diese Fälle, erklärt der Regionaldirektor Leopoldo Maldonado. Die Hintergründe, der Kontext, warum es gerade jetzt in kürzester Zeit eine derart massive Aggression gegen Journalisten gibt, sind unklar. Generell ist es der Verfall des Staates, der in vielen Regionen zu beobachten ist. Der Krieg zwischen den kriminellen Banden, die Verstrickung des organisierten Verbrechens mit den lokalen Regierungen. Lourdes Maldonado war gerade in ihrem roten Sedan auf dem Weg nach Hause, als aus einem vorbeifahrenden Wagen in Tijuana auf sie gezielt wurde. Nachbarn hörten gegen 18.20 Uhr die Schüsse. Eine Kugel traf sie tödlich. Der Motor lief noch, als sie Journalistin aufgefunden wurde, wie lokale Medien berichteten. Es habe bereits zuvor einen Angriff auf sie gegeben, so der Regionaldirektor von Artikel 19. Sie hatte damals ihr Auto geparkt, um Besorgungen zu machen und als sie wieder zurückkam, entdeckte sie Einschusslöcher. Lourdes Maldonado berichtete über Korruption und Lokalpolitik. Erst vor wenigen Tagen hatte die Reporterin einen neun Jahre andauernden Gerichtsstreit gegen den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates Jaime Bonilla gewonnen. Bonilla war Gründer eines Nachrichtensenders, für den Maldonado zeitweise gearbeitet hatte. Bereits im Jahr 2019 hatte sie in der morgendlichen Pressekonferenz des mexikanischen Präsidenten Andres Manuel López Obrador um Hilfe gebeten. Ich bitte um Unterstützung und Gerechtigkeit. Ich fürchte um mein Leben. Hier geht es um einen mächtigen Mann aus der Politik, aus ihrer Partei. Es geht um Jaime Bonilla, den Anwärter auf das Amt des Gouverneurs in Baja California. Ob es mögliche Zusammenhänge gibt, sollte transparent untersucht werden, so die Forderung von Artikel 19. Die Journalistin Lourdes Maldonado war Teil eines staatlichen Schutzprogrammes. Doch diese Programme seien hoffnungslos unterfinanziert. Es gebe zu wenig Personal, so der Direktor des Regionalprogrammes. Zudem ist jedes Schutzprogramm sinnlos, wenn es gleichzeitig keine ernstzunehmenden Ermittlungen der Gewalttaten gegen die Journalisten gibt. In den meisten Fällen gab es auch schon vorher Aggressionen gegen die Journalisten, so wie im Fall Lourdes Maldonado, die allerdings nicht verfolgt werden. Die Täter bleiben straffrei. Die Ermittlungen kommen nicht voran. Laut Reporter ohne Grenzen war Mexiko 2021 das dritte Jahr in Folge das gefährlichste Land für Medienschaffende auf der Welt. In keinem anderen Land, das sich nicht im Krieg befindet, werden so viele Journalisten ermordet. Allein im letzten Jahr wurden sieben Journalistinnen und Journalisten umgebracht. Und trotzdem würde die Regierung nicht handeln, so der Regionaldirektor von Artikel 19. Im Gegenteil. Der mexikanische Präsident López Obrador diskreditiert kritische Journalisten immer wieder öffentlich und stellt sie als Lügner dar. Diese Gewalttaten gegen Journalisten müssen ernst genommen werden. Solange es keine Gerechtigkeit gibt, werden wir nicht aus dieser Spirale herauskommen. Anne Demmer erinnerte an Lourdes Maldonado, eine von drei Journalistinnen, die in diesem Jahr in Mexiko erschossen wurden. Anne Demmer erinnert an Lourdes Maldonado, eine von drei Journalisten, die in diesem Jahr in Mexiko erinnert an Lourdes Maldonado, an Lourdes Maldonado, eine von drei Journalisten, die in diesem Jahr in Mexiko erinnert an Lourdes Maldonado,